Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play For Free Wir sind heute hier mal wieder anwesend mit dem Sniper Head Shooter heißt er Schlecht ist er wie wir sehen hier und ach du Scheiße Fliegen können sie auch nicht, wir sind schlecht, aber schlecht, gut schlecht, aber richtig schlecht Kann man gar nichts mehr sagen Der Jet ist hier runter gekracht, da ist schon das erste Auto da gegangen, also schlecht, richtig schlecht Wir machen uns jetzt auf zu C und dann schauen wir heute mal mit dem Sniper, stellen wir uns heute mal woanders hin auf Oman Ich habe ja bisher, Junge hier war noch keiner gewesen, das ist dein Ernst Hier war noch keiner gewesen um C zu erobern, wird es aber langsam mal Zeit So, komm, obern, obern, da hinten kommt jetzt schon der erste Panzer angefahren Wenn der mich jetzt down macht, dann bin ich weg Gut, komm, komm, komm und 200 Punkte So, und jetzt Hier hinten stehen auch Autos Aber man kann jetzt auch, wenn man so nubig ist, wie ich jetzt mal versuche zu sein Hier hochgehen Entweder geht das nur auf der anderen Seite oder es geht auch hier Es geht auch hier So, dann werde ich mich jetzt hier hochstellen und da wir ja Russen sind, haben wir ja sonst die anderen Punkte alle Am Anfang und können getrost zu A gehen, vorrücken und dann hier bei A alle platt machen Da sehen wir auch schon unser erstes Opfer Da haben wir nicht die ersten Punkte gezogen Nein Na, da habe ich noch ein paar Punkte gezogen, aber nicht gerade viele Den markieren wir mal schnell noch Hallo Nein, komm Schieß besser drauf Komm schon Jo Jetzt Freigegeben für unsere wenigen Pioniere Aber immerhin Ein Ziel mehr jetzt Gut, das kriege ich nicht mehr hin Weiter geht's mit Snipe Ich könnte mich jetzt auch, wenn ich so cool bin, wie ich bin Das hat es nichts gebracht, in den Heli reinzuschießen Den Heli Flieger Abschießen Funktionieren tut es Aber mit der Anfangswaffe anscheinend nicht Das ist dann schon ein bisschen schwerer Ein bisschen schweres Kommando, was man da vollführen muss Oh Und jetzt haben die auf einmal alle Punkte Und wir verlieren Das finde ich jetzt Nicht so schön Ich hoffe doch mal, da oben steigt keiner aus Weil sonst können wir den Punkt da oben vergessen Wenn ich jetzt Oh, da oben sitzt einer Da muss ich aber ganz schön weit hoch zielen Treffe ich den denn überhaupt Ich frage mich gerade Ach, zu Scheiße Die zerlegen sich ja in der Luft hier Schieße ich da ernsthaft zu hoch, oder? Nö Da kann ich anscheinend Muni verballern, wie ich lustig bin Ich werde da keinen treffen Dann gehen wir jetzt mal runter Und wagen uns mal ein bisschen näher an das Geschehen hier ran So Erreicht werden wir, denke ich, nicht viel Aber probieren geht über studieren, wie man schon so sagt Das wird jetzt lustig Großer Panzer auftouren Na, kommt schon um die Ecke Wenn ich jetzt hier richtig krank auf A vorrücke Ich kann da jetzt glatt Sogar einer von uns Ein Medi Das ist doch gut Der markiert jetzt schön Wir erobern A Die verlieren die ganzen Punkte Das ist doch Teamwork hier Ich fahre einfach mal mit Besser kann es ja nicht gehen So, Truppmelee Oh, scheiße Den verpassen wir noch einer Dann setzen wir uns hier hin Schauen zu B Da trifft man ja tatsächlich Ja, aber nur wenig Gut, da kommt Da hagelt es schon wieder Granaten-RPG-Regen Hier Vom Himmel Und der Typ ist auch down Jo, Kopftreffer Feind eliminiert So muss das sein Und da ist er down Wir schnappen uns schnell die Pistel Nehmen den Punkt noch mit ein Das ist ein Oh, ist jemand da? Nein Gut Weiter geht's Hoch zu D Scheiße Da war jetzt irgendwo einer Da hinten? Nö Na komm, lauf Bist du zu dumm zum Laufen? Oh, komm Nö Einfacher geht's doch nicht Shit Gut Den hab ich jetzt nicht getroffen Ist da drüben Wenn es jemand Nö Gut Den haben wir jetzt auch wieder Das finde ich ja super Ich hab nur 800 Punkte Das finde ich scheiße Deswegen ziehen wir jetzt mal weiter Schnappen wir uns hier einfach mal Krank Wo ist der hingefahren? Hier Dem wollte ich gerade noch einen Kopfschuss verpassen Das hat auch nicht funktioniert Das fand ich jetzt nicht gerade Oh, ich wurde wiederbelebt Gut Das finde ich gut Dann machen wir uns jetzt auf zu C Ich geh mal wieder hier oben drauf Und Na komm schon Einfacher geht's nicht Stehen bleiben Schön stehen bleiben Der hat jetzt nur auf mich gewartet Das fand ich jetzt scheiße Ich hätte anscheinend dann gleich nochmal nachsetzen müssen Der weiß wirklich Wo die Schüsse herkommen Gut Jetzt sehe ich ihn auch Glaube ich Hoffe ich Der war auch da hinten Springen wir einfach mal raus Oh shit Da geh ich mit der Pistel drauf Ja War anscheinend doch nicht so gut Mit der Pistel drauf zu gehen Sackfresser Ha Lustiger Name Sackfresser Granit Naja gut Mit der Pistel hab ich ja gerade eben nur ein bisschen Schaden gemacht Oder ist einer von uns Dann gehen wir jetzt hier durch Da hinten ist keiner bei B Ist da etwa jemand Ja da ist jemand Scheiße Den holen wir uns jetzt Wo komm'n Ne Das funktioniert NICHT Sniping aus nächster Nähe Weil ich jetzt einfach so cool bin Gehe ich mit der Pistel rein Nein wo stand denn der jetzt Oh da ist der schon da hinten lang gerannt Der Geo Army Sniper Yo Ähm Ich glaube das wird dann nur noch dieses Spiel hier werden Und dann sind wir auch schon Nein Komm schon Yo Steht da irgendwo einer Nö Da Irgendwo Hallo Wackel nicht mit deinem Arsch in meiner Fresse Da hinten sitzt keiner mehr drin Gut Was haben wir denn hier noch so feines Shit 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 Bin ich jetzt gleich down oder was Ähm Da drüben Nö Ist niemand Da hinten seh ich jemanden Da komm' ich aber nicht hin So Bei D wollten sie jetzt grad erobern Wir werden hier jämmerlich verrecken Ist hier hinten jemand Ja Hilfe bei Kill Hilfe bei Kill Mehr hat er mir in Land nicht eingebracht Dieser Schuss Gut Das ist hoch Das ist hoch Da wollte ich jetzt noch schnell ausweichen Da wollte ich jetzt noch schnell ausweichen Aber da hatten wir etwas meinen Weg versperrt Im Rücken Niederlage Niederlage leider So los geht's los geht's Oh da ist wieder einer Gleich gestorben am Anfang Let me fly Let me fly Hell Heli please So Okay das war jetzt dumm Schießen wir mal zu D Ich hab mal Ich hab mal fern Äh Distanz Gut Dann laden wir mal nach So und jetzt geht's auf zu A Gut da sind sie ja schon Gewesen Hier oben ist jetzt irgendwo ein Heli Da Den krieg ich nicht mehr Gut Oder halt auch nicht gut So Da steht noch jemand Den werden wir jetzt auch dem Erdboden gleich machen Den hat Da hat mich jetzt gerade noch abgeschossen Das fand ich jetzt nicht so toll Ich stelle sich jetzt hinter die Trümmer Und schießt hinter den Trümmer ab Das ist ja nicht gerade Scheiße Steht meins schon in Flammen Ist meins schon kaputt Nein Noch nicht Den seins geht noch Ich steig jetzt mal schnell Scheiße Wo Wo MP5 Wo Scheiße Da Was Bei uns am Spawnpunkt Leute Seid ihr schlecht Oder seid ihr schlecht Ihr seid schlecht Jetzt muss ich euch Scheiße Was Gleich am Spawnpunkt gekillt Gleich beim Spawnen gekillt Das ist eine Scheiße Ist das Na los komm Eintreten Eintreten oder austreten Das ist die Frage So Oh Oh Jetzt werd man Ich späte mich mal Ja Ich späte mich mal Ich späte mich mal Und Ich späte mich mal Scheiße, ich treff den nicht, nee. Verflucht soll ich sein, dass ich den nicht treff. Zieh ich jetzt nah ran. Ja, komm, und nochmal. Ja, so, Beförderung. Durch einen Kill mit einem... Nein. So, ist es auch nicht toll. Gut, da hat mich jetzt der Aloska. Nein, Scheiße. Gut, dann muss ich jetzt wohl einen Pilsender draufhauen. Oh, der ist bei A hin. Nee, den treffe ich nicht. So. So, komm, ab in die Flugabwehr. Und schöne Punkte machen. Na hin, nicht hier dazwischen. Mir gehört die Flugabwehr. Hier, da, hier. Hier, hier. Gar keine Flugzeuge gerade rüpfen, doch. Da, da. Da fliegt er wieder weg. Scheiße. Da saß er. Da saß er. Den hätte ich umbringen müssen. Da war er. So, komm. Kriegst du jetzt einen schönen Pilsender verpasst? Sender Marker. Und jetzt, komm schon. RPG. Wir haben... Nein. Wir haben... Du willst mir sagen, wir haben... Jeder hat einen Sender Marker zur Verfügung. Aber wir haben keinen Scheiß Pionier, der mal eine RPG draufjagen kann. Keinen. Null. Wir haben nur Sniper und Midi. Das ist echt zum Heulen. Das ist zum Heulen, Leute. Das geht so nicht. Das ist doch... Unter aller Würde. Für uns zum Heulen. Das ist egal. Wir haben nur Sniper. Das ist egal. G53 hat mich gekillt, wo auch immer. Na komm, da haben wir noch mal ordentlich einen in die Fresse, wollte ich jetzt in die Sackfresse einen reinhauen. Oder wir gehen einfach in die Flugabwehr. Da ist es einfacher, Punkte zu machen. So würde ich meinen Sniper auch leveln. Leveln, wie das schon klingt, als würden wir hier irgendwie sonst was zocken. Ich weiß es, der Jack kommt bestimmt gleich irgendwie aus nichts. Jetzt schießt er Ding ins, da. Wir haben wirklich keinen, der dem die Stirn bieten kann. Ich versuche es mit der Flugabwehr. Nee. Die nehmen wir jetzt ernsthaft. So, nee. Ernst. Jetzt haben wir... Wir haben wirklich keinen drin. So, komm, der. Den holen wir jetzt runter. Und noch einmal, wenn er jetzt wieder startet. Oder erstmal den Kampfjet. Ah, der ist jetzt auch wieder weg. Shit, shit, shit. Die kommen wir dann gleich wieder aus nichts. Nein. Der ist weg. So, jetzt wieder. Der kommt gleich wieder. Gleich kommt er wieder. Dann kriegt er volle Kanne in die Fresse. Ja, da kam er wieder. Wo kam er wieder? Von oben. Hat er einen Steilflug gemacht. Und dann kommt er wieder runter. So, machen sie es alle. So, jetzt haben wir hier nochmal komplett rein. Wir haben nur 1400. Hier, 100. Gut, komm. Der war er jetzt. Ja, jetzt macht er da hinten lang. Nein, lad nach, lad nach. Ja, eliminiert. So gehört sich das. Das ist schon der nächste Kampf. Nein. Da hinten ist er. Und down. So. Jetzt kommt der Kampfjet gleich wieder. Bestimmt wieder direkt über mir. Ja, nee, da oben ist er. Nein. Da hinten fliegt er jetzt lang. Lad nach, komm. Schnell. Lad nach. Da oben kommt er jetzt an. Ist der jetzt da hingegangen? Nee. Shit. An der Seite lang geflogen, dieser Arsch. Jetzt fliegt er da lang. Da oben ist er. Komm. 4 zu 8 KD. Das ist doch schon mal weltbewegend ist das doch. Mit 2300 Punkten. Gut, mit der Flugabwehr ist das kein Wunder, aber es macht Spaß, einfach nur mal Punkte zu kriegen. Aber wirklich nur Punkte. Junge, du musst nicht auf mich schießen. Ein eigener Mann schießt man nicht ab. Und weg, komm. Was? Jetzt muss er doch gleich down sein. Oh, jetzt steht wieder jemand da. Aber wir haben ja... Doch, jetzt haben wir einen Pionier. Einen wenigstens. Jetzt haben wir aber B verloren. Das heißt, die ganzen Spassen... Gehen jetzt zu... Uns. Zum letzten Punkt. D. Oder ich habe einfach mal die Mannschaften gewechselt. Das kann natürlich auch sein. Habe ich aber nicht. Nochmal 57 gezogen und dann Hilfe beim Kill gelandet. So. Jetzt gehen wir mit der Pistel rein. Da habe ich noch ein paar Schüsse gelandet. Mit der Pistel hier ein bisschen reingehauen, aber wenn sie zu zweit angetanzt kommen, dann kann man hier nichts machen. Doch Hilfe bei Kill gelandet, das muss so sein, wie es halt ist. Okay. Also hier unten rein. Nein! Shit, da überfährt mich hier doch einer glatt mit dem... Der Bluthunter. Der Bluthunter. Der Bluthunter und der hat einen Unfall gebaut. Das ist dann Problematik. Da liegt ein Tod her. Hinten ist keiner. Also rushen wir zu B. Da ist ja einer von denen. Noch einer. Shit. Da war einer unten gewesen und wollte, dass ich sterbe. So. Komm. Mit dem Sniper hau mir hier nochmal einen No-Scope rein. Nein, 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 das wäre noch lustiger, das heute noch zu schaffen, einen No-Scope, einen richtig geilen No-Scope zu machen. Also für alle, die nicht wissen, was ein No-Scope ist, seid ihr hier falsch. Ich bin tot. Gut. Aber ich habe jetzt gerade fast ein No-Scope gelandet. Ein No-Scope von 43 Punkten oder 57 Punkten. Sowas in der Art habe ich gerade gelandet. Eigentlich hätte ich jetzt Hilfe beim Kill kriegen sollen. Aber da war eine Spälerkanale vom Alosca. Und die hat mich runtergekriegt. Wenn ich jetzt hier vorne... Ach nee, D gehört denen. Shit. Und down ist das Geschäft hier. Und down ist das Geschäft hier. Und down ist das Geschäft hier. Ich werde keinen von denen treffen. Oder komm. Als Sniper bin ich hier wirklich schlecht. Gut. Oh, das war aber ein knapper Ausgang jetzt. Mit einem Punkt haben wir verloren. Aber das macht uns ja nichts aus. Gut. Das war jetzt der zweite Part vom hier Sniper. Vom Head Shooter. Und gut. Das war es von mir, von Alex. Bis zum nächsten LP. Haut rein. Bis zum nächsten. Das war's. Bui. Bis zum nächsten Mal.